Vorgestellt, encased, ja von Kronos wie ihr seht, wir sind dabei die zweite V-Show zu starten. Andere Projekte müssen noch eine Woche warten. Ich wollte hier noch mal reingucken, gucken was da beim Einchecken jetzt als nächstes zu tun ist und hoffe dass das jetzt hier läuft. Dauert der Ladebildschirm, vielleicht hätte ich doch erst gewartet. Na da ist es, okay. Und er hat das Klicken angenommen, sehr interessant, okay. Obwohl dieser Bildschirm noch da war, hat er, ne, Falltasten mal Kamera drehen, genau, und mehr auch nicht. Was ist das hier, da kann man sich hinsetzen, ach das ist eine Toilette, sehr interessantes Design. Okay, auf der Toilette kann man sich da die Hände waschen. Waspillen, Use, keine Ahnung wofür es gut ist, aber wir waschen uns mal die Hände. Das, Flourapod, der ist aber draußen. Vielleicht nutzen wir auch mal die Toilette, vielleicht ist das ja auch Using, Real Survival Game, okay. Also der hatte wahrscheinlich auch Druck auf der Blase, das müssen wir dann in dem Real Survival Game natürlich dann auch aufpassen. Was ist das, Vega Drinks Vending Machine, okay, wir haben auch vielleicht Durst, bevor wir da nicht wieder hinkommen. Semi-Transported Light Funnel of the Vega Drinks Vending Machine is adorned with the silhouette of a dancing go-go girl. Oh, sehr schön, das hätte ich aber groß gesehen. Achso, und wir brauchen dafür Kohle wieder mal, Cherry Flavored Soda. Ja, dann nehmen wir mal das Soda, das wird den Durst löschen. Das war das Erste, kostet uns zwei Taler. Cache Receptor Noisley Sucks, hier habe ich noch nicht in. Das Video in der Medium Side just can close into the Dispensatory, okay, dann walk away. Habe ich das jetzt in meinem Inventar? Ja, habe ich, das ist schon mal gut. Gucken wir mal weiter, Landing Area, okay, da wollen wir nicht hin, Blumentopf wollen wir auch nicht hin. Was haben wir hier noch für eine Maschine? Ist das auch eine Sodamaschine? Ja, dann will ich da nichts haben, da gibt es nichts Neues. Was haben wir hier? Versuchen wir mal diesen schicken Wagen. Nothing found, das ist tot. Ja, springen wir ihn mal an. A Silverwaring Tick clicker, in der Klingel, ist in der Orange Coach, Playing nervöslich, mit der Badge. WIich reads Monty James. Ange suitcase startet die Wieder-Zer. Okay, erases his head, und stilles your face, mit der Sprig. Let's see, how do you look at this inside of the dumb? 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 Keine Ahnung, wie ist es ausgesprochen. Say you are not ready to answer that yet. Say you accept something more. My request position is unfortunately not positive. They forgot to add my name to the new recruits manifest. Can you imagine? Okay. Okay. Ja, da mache ich nichts, da habe ich keinen Bock drauf. Nachher muss ich mich dafür verantworten, dass ich dem da... Ne, das mache ich nicht. Okay, use door. Darf man da reingehen? Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Locked. Okay. Darf man also nicht reingehen. Was ist hier? Terminal? Doors? Oh, Terminal. During the game you will encounter animals and computers at various locations. From that dialogue with a regular character such terminals may contain... ...may contain useful information or open through a particular situation and also sometimes open locked doors. Okay. Weiß ich Bescheid. Jetzt muss ich das nochmal machen. Access denied. Okay. Verweigert er mir. So, dann können wir an den da mal kurz rangehen. Wer ist das? Okay. 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 Super. Und? Das ist er. Das ist ja der toller Typ hier. Der freut sich ja schon so richtig bei der Arbeit. Okay. I almost forget the regulation pre-registration greeting. Just a second. Okay. Das ist ein Tonband. I produce a reel-to-reel tape recorder from Beneath the desk. Beneath the desk. Er. Rewrites the tape to the beginning and presses play. Fowler und oder? The speaker explodes with harsh cracklings out. Let the home metronome slowly grows louder. So does music begins to play and the administrator's face take on a serious expression. Dear Complayer, we are for the cross of fashion. Okay. Kann man auch anklicken. Mhm. Alles klar. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best. Ja. Dean Swing don't down at the monitor. Deserve this title. Do your job. Ach, ich sehe. Wie, der spielt uns da Musik vor, oder was? Der lebt in der Vergangenheit, oder wie sehe ich das? Okay, jetzt lege ich dann zum Glück mal weg. The official greetings. Okay, so you integrate your selectron. Okay. Say you are ready and begin the registration. Look around. Ask him what you should do after registration. Dean falls in irritation. Explain everything once I got your respect. Okay. Dean steps in pet to get the terminal keyboard. Name and age please. You walk up the desk. Ask Dean's hand over over the keyboard. He gives you a nod. Dictate your data to him. Pass him a note upon which you are written out on your information in advance. You spell out your first and last name in spill-valuing version and test results. So your straightest fingers fly across the keyboard as it enters your information into Crownnose database. Alright, scan the computer screen. So you've been assigned to Magalan Station. A special bus will bring you there after the briefings. Please pass me your selectron so I can update the firmware. What if you have passed? Okay. The transfuse electron. Collins was found as a society of scientists and military professionals. Wide-wing employers have special privileges at most of the virtual locations built in 71 and 72 and there are still purely white zones in Magalan. Limited access laboratories or writing rooms are more kind of as to this. Warehouses and the main reactors. You should find plenty to occupy here. You here. Team continues. All new employees have a short list of tasks to perform on Rural. Do you want to hear all the different tales? Just short version. Ask for the details. Explanation. Well, ah, da kommt auch schon wieder was, ne? First you need to set up combat gear dogs to Sydney Man. He will sort you out. Okay. Dean extended his second finger. Second weapons. Miss Margarita Takinto is the clerk at the Momo. If she fends your finger arm, you will need to head to the training ground next door for a briefing weapon and link extreme. The administrator straightens finger number three. Third science is the overview of everything we hear to hear. Go to professor Van Ulden to learn how to study legs. Avoid anomalies and catalogs what you are learning. This training is mandatory four wings and not just white. Dean straightens his fourth finger and son of God. And last, when you are done with the training, proceed to the boarding area. From there as you travel to Magellan by bus. Ask him to repeat what he has tried. Thought you said that everything is crystal clear. Okay. So it looks up at you again. That's all then. You reach for the tape recorder but thinks better of it. The instruction call for a little welcome preamble to but dash it all. Welcome to Concord Station. Okay. Leave. Das war ja jetzt der Bange. Jetzt gehen wir mal nach den. Fragen den nochmal. What is sunk Dave is out and also in the purpose of the catches. Over to try and register him in the terminal. Step away. Warte mal. Kann ich jetzt an dem Terminal hier unten was machen? Step away from the terminal. Log in as user. You enter your login and password. The blinking blue cursor freezes for a moment and the system loads the user page. Main menu user page. Hello employee. Please enter a command from the following menu. Open your email. Read the latest wrong news. Check your employee to his log out. Open your email. Check your employee to the terminal. Check your employee to the terminal. Read the email from Dean of Severo Wang. Okay. Wir sind wieder mal an einem Punkt angelangt wo wir lesen müssen. Was in dem Spiel ja wohl hauptsächlich wichtig ist um die Story mitzukriegen. Und ja da sind wir ja ganz schön am werkeln. Wir können. Learn how to use a scanner up on completing of these tasks reported to your administrator. On the other you are strongly committed for the station's rules of conduct. Further enable your reports to the nurse guard immediately. Von dem anderen. Diablo while leesle. Whilst duer. Duer. Caust doch nicht. Slash. Hewans. 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 Ja, das haben wir gemacht. News. Okay, unwichtig wahrscheinlich. Kann man das eigentlich einklicken? Nein, kann man nicht. Komm, nur ein Pop-up. Okay, enter menu. Or turn to the main menu. Enter lockout. Enter the menu. And we're starting now, ne? Okay, das sind unsere Aufgaben. Ja, dann bleibt uns wohl nur Lockout dran, ne? Und da gab's jetzt auch keine Möglichkeit, den da anzumelden. Also bringt mir das jetzt nicht wirklich was, oder? Ich kann doch den nochmal fragen, ob der mir jetzt was anderes sagt. Aber ich glaube nicht, oder? Sorry. Okay, Dean gives you a short note as your approach. Ask him to remind you what you need to do after administration. Dean gives you a display. Please look. Ja, das ist ja schon alles klar, ja. Also der wird mich auch nicht hier irgendwie unterstützen, dass ich mit dem Typen da weiterkomme. Und dann ist das halt so. Würde ich jetzt mal sagen, bringt uns da nicht weiter. Und ich möchte jetzt auch nicht... Well blocked. Well blocked. Open. Okay, das macht er ja automatisch dann. Gehen wir mal weiter. Und da ist schon Anything Urgent Mr... Achso, wir sind eine Etage höher. Sehr interessant. Okay, das ist der Scanner da. Let's say it's big. Das sind Devices. Ja, dann mal nichts machen. Gucken wir hier mal. Wir sind ja so ein typischer Sucher. Relic Charts. Rare Earth Mittels. Take all. Ich nehme immer alles erstmal mit hier. Klauen ist immer richtig gut. Och, da steht ja schon einer. Ja. Dann gehen wir noch da hin und gucken das auch noch durch. Boxes Search. Ja. Earth Metals und Electrical Equipment. Take all. So, dann gehen wir mal... Was ist das hier? Equipment Container. Empty Search. Hier, ich kann da vorstehen und aussuchen. Trade. Trade. Trade is an important element on NHL. Well, playing you will need a character with one. Okay. Sehr interessant. Aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Oder doch? Auf der Untercounter you will find a small neat guy. His gingerry hair shines with some kind of gear. His badge says his name is Marquard for Hillkeeper. Okay. Jetzt hat er gerade die Brille aufgesetzt. Voll cool. Okay. The Silver Family Stocks was his finger pinning down a particular page. This is your first uniform registration, right? You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. I seem to issue you equipment. It says that you are interested in seeing what he has for sale. Before I give you the word phone, please listen to these instructions. Say you are listening. Ask him to skip the instructions. Okay. And the signals with this hair is there. So I am not going to sugarcoat it. Ja, das wissen wir, dass das sehr gefährlich ist. Sonst wären wir nicht da. Mhm. Want to wear quality equipment when traveling outdoors. See, of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more its damage removed, the silver continues. Okay. He points back towards the shelves behind him. We have got repair kits for this gear. If you don't know how to use, fix stuff yourself. There are specialists at just the perfect place. I'll help you. Okay. Then he puts the mount back away. The instructions are over. Now I am going to issue your uniform. The silver disappear into the bag for a while and remains with a small package. Unfolding the package will remain. That shows you brand spanking new uniform. Cinepros shakes out right-right near a bit more. Sample, I think, mental than the left. Coat. Look, this is the most advanced clothing under the dam. It protects from acid, accuracy, fauna, and aldi tension. Not very effectively short. Don't equip miracles. He raises a finger. One important thing in the agreement is order 6225 helmet and clothes are not included, but you can purchase them from me. Sorry. Slip the uniform under the counter. From when sounds metallic click the storekeeper notes at the box is in front of you. Go go ahead and collect the uniform enjoy. Wo finde ich das jetzt? Achso, in der Kiste hier oder was? Ja, haben wir doch schon. Kann ich das jetzt auch anziehen? Achso, dann springst du da rüber. Das bringt mich nie weiter. Wide Wing Select. Okay, das ist jetzt das Ding. Set Blätter von Kronos. Hatten wir schon gelesen. Das sind die Schuhe. Okay, close. Public Terminal. Das ist aber da drinnen. Na ja, okay. Ja, da weiß ich auch noch nicht, was wir tun. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Und werden dann wahrscheinlich irgendwie den nächsten Dingens machen. Sachschau am nächsten Teil machen. Aber ich denke, wir machen hier einen Cut. Wir werden schauen, dass ich glaube, wir nächste Woche einmal das andere Projekt weiter. Und dann werden wir hier nochmal wieder reingucken. Ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei wärt. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, dann macht ein Abo. Wenn ihr einen Gefallen daran gefunden habt hier, dann macht einen Daumen hoch. Und macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen. Und was haben wir noch? Ja, Kommentare. Gerne wie immer willkommen. Schreibt rein. Dann können wir darüber reden, was wir als nächstes hier machen oder sowas. Ich wünsche euch was und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.